hallo und herzlich willkommen zu einer oder der seiner ja so fängt meine aufnahme an reparier lieber mal schnell hab ich den einen schon wir wollten gerade eigentlich hier geil chillen aber wir sind übrigens wieder woanders gespawnt und so weiter so standardmäßig die ganzen crawler und am besten direkt mal sagen dass wir ja dass wir voll die mehr xp bekommen bekommen wir sind auf den server gegangen der ver- alter zwei watcher alter weil der fette party hier ne alter junge mach keinen scheiß ich bin runtergefallen alter ist auch wenn du zurückläufst hat er welches ausgerastet wenn du jetzt durch fall schaden stirbst aber gar ich habe ein schild aller krieg mir den scheiß ich werde moni mehr für die pistole äh sollen wir wegrennen ich kann nichts mehr machen ich habe keine moni mehr für die ich habe vergessen am einzig kaufen dann raus hier ja keinen bock zu sterben ja alter ist ein golem boah alter ich laufe mich in den tod ohne spaß ohne spaß so viele sind hier ich glaube ich habe sogar lust irgendwie auszuloggen gerade ich meine wenn du meinst du schaffst das machst ich weiß wo du bist mainmenü ich habe mich gerade aus ah im tod ja nein hat nicht geklappt du lappen dein ernst jetzt da liegt mein ganzer scheiß soll ich dein geld auch sammeln sammeln meinen sniper auf viel spaß da rein zu rennen 211 getötet 3 player getötet so läuft ich glaube ja ich bin oben gestorben beim so da lag da war so wie scheiße und ich hatte keine waffe zum angreifen mehr die sniper den kannst du nicht mehr bringen immer zum besten ding ich nehme safe zone ok ja scheiße alter ich habe noch genug stuff und 20.000 10.000 cash verloren es ist so level verlieren like a boss du überredest mich noch mal zu zocken und dann hier ist dein zeug ja schaffst du das da hoch klar man ja ja nimm wenigstens sniper oder sowas mit ne ja ich habe halt keinen platz ne ich konnte nicht raus tun ich will dein cash wenigstens aussammeln der der nimmt mein military backpack gerade nicht an 17.000 habe ich aufgehoben 17.000 so geht's so geht's doch ich glaube ich habe deine sniper range ja geil ah ne hier ist er aber die habe ich auch noch gut beide waffen ja die kannst du eigentlich behalten ich habe nämlich zwei das schild bräuchte man halt jetzt irgendwie nach nimm die lope den schild habe ich immer noch da ist der liegt auch da oben ne ja den hast du noch ne ne der schild die liegt da oben ja aber der bringt echt nix ok dann gehe ich hier raus damit kannst du halt nur abwehren schild halt aber testen wollte ich es trotzdem mal alter wenn wir jetzt wenn wir jetzt ne dings machen ne verteidigungs da verteidige ah dings teil verteidigung weiß nicht genau was ich meine äh weiß nicht wie viel cash wir dann äh viel xp wir dann kriegen ja das ist nicht mehr feierlich dann boah alter meine alle meine rationen sind weg was brauche ich denn eigentlich brauche ich brauche einen cutter ne nein ich wurde angekotzt eh ja nicht dass du es auch noch stirbst guck dass du safe bleibst ne ich habe halt gerade noch Viecher am Arsch ja aber du hast ja ne gescheite Waffe es ging das Licht hier bei mir gerade einfach aus geil Leute ich habe keine Pistolen da drinne im Inventar warum habe ich keine Pistolen was geht denn bei mir schief jo ist Ruhe habe alles gefert ok gut ich kann mal so zusammenkleben wir kriegen doch einfach einen Geldbonus ne ich habe einfach weil ich dein Cash aufgehoben habe 12.000 nochmal 5000 extra bekommen weil wir hier alles kontrollieren alter und ich habe gerade wieder was geknackt ich behinderte du bist echt bescheuert war aber ich verliere keine Schlüssel warte mal hast du gerade was wirklich erst anlockt oder ich glaube da kam viel zu viel Loot raus für nicht anlockt weißt du das ist man weiß eigentlich normalerweise ob man anlockt oder nicht du weißt es nicht ne und man verliert die Schlüssel du hast ne andere Waffe ne man verliert die Schlüssel übrigens doch hast du zwei Sniper dabei ne einen äh wir haben noch ne dicke Hunter Rifle und ne Pipe Sniper also du hattest zwei Sniper dabei die Pipe Sniper hatte ich Hunter Rifle habe ich nicht gehabt ok dann haben wir jetzt noch eine die macht hat 800 Schaden ja der macht genau so viel Schaden wie die die ich hab kann man immer mal gebrauchen hast du dir mitgehen lassen ne ja anscheinend irgendwie keine Ahnung ok ich kauf grad Muni jo ich komm zu dir und lass mal treffen ja ich komm dir entgegen dann ja ich kauf mir grad Muni bis ich äh 20 äh LBS voll hab das Ding ist du brauchst nen Gleiter du hättest da sonst runterfliegen können weißt du da wärst du selten ja stimmt halt echt ne boah ich hol mir echt nen Gleiter aber echt alter stimmt da hast du vollkommen recht ja deswegen hab ich den genommen für genau sowas ja ich hatte keinen Platz um den aufzunehmen ja ja was war das denn hast du dir in die Hose gekotzt gleichzeitig ja ich hab gekotzt, geschissen, gröbst und genossen und genossen ja genau kann ich tja dann musst du mal eine Mutter rufen hm ich hab grad Tony gemeint achso ach Ali ist überall überall weil du bist einfach gestorben du Spastion du warst Level 30 31 ja du Noob ist ja noch schlimmer ich wollte es nur mal anmerken mann naja gut komm die paar Level sind jetzt wieder schnell gefarmt alter ja ich guck grad ob ich immer nochmal die Warren machen kann weil ich hatte ich hatte echt 22 ähm pass auf ich geb dir dann ne knappe ich hatte 22 Pistolen Moni ne hast du meine Pistole auch mit oder äh ja doch die dürfte ich aus Versehen aufgehoben haben weiß es nicht wenn nicht wenn nicht ist schnell gemacht ja ich hab ich hab hier die Teile auch dabei wenn du meine aufgehoben hast dann schmeiß ich die einfach da rein alter wie viele Monster da echt gekommen sind im Vergleich zum letzten Mal ne ja da kommen manchmal wirklich krank viele das war ja unmenschlich viele also ne deine Pistole hab ich nicht nicht ja ne sorry aber dafür irgendwie zwei Knarren ich hab meine Pistole in eine Knarre verwandelt ne WTF not enough space in Backpack minus 108 auf jeden Fall gleich nochmal Muni kaufen ich hab ja jetzt auch Geld ne bei mir sagt er not enough space in Backpack achso der hat warum hat er meinen dicken Backpack immer noch nicht angezogen ich will den kleinen Scheiß Backpack nicht anziehen muss ich dafür bestimmt Level haben oder wie ja ja mir steht hier ich ich kann den halt mal kurz ich werfe den mal auf den Boden dann hebe ich ihn auf geil geht nicht ich kann meinen Backpack nicht aufnehmen oh man scheiße ja wieso ja weil ich keinen Platz hab so sch- ne boah das ist so scheiße weißt du der will nicht mal mein Backpack aufnehmen ich jetzt heh ich bin gleich da boah ich kann die Kacke auch nicht in äh in meinen ähm in ähm ich lasse gleich die Ammo fallen so komm Ammo fallen lassen Backpack aufheben das wird dann so ungewohnt wenn du das Geld alle aus sich shooten wirst ich vermute das wird uns erstmal total wegficken weil wir uns einfach keine Ammo mehr kaufen ja jetzt jetzt lachen wir noch aber später ja jetzt jetzt lachen wir noch jetzt sind wir noch wo auf stolzieren hier brechtig durch die Welt ah man muss den man muss den Backpack wirklich auf den Boden werfen und aufnehmen wie behindert ist das denn ok noch eben ein Golem gekillt wie viel XP gibt der jetzt kann ich ja hä alter 157 bringt ein Golem das ist krass ALTA das ist richtig krass das ist ALTA du wirst du was wir jetzt machen ne Account Level 100 da ist einer der heißt BINGO BAT BINGO BANGO ich schreibe ihn an und sage ihm ich feiere deinen Namen BITCH oh ich habe das falsche Ding genommen ich glaube ich habe keinen Magnum Barrel ich dürfte noch eins haben ja und achte bitte echt auf deine Munition alter ja ich kaufe mir jetzt auch gleich noch Magnum Money ja ja ich wollte ich wollte eigentlich noch kurz nur checken gehen kurz und dann was kaufen gehen und dann auf einmal ja ja es kam auch so plötzlich what ich war auch nicht drauf gefasst aber ich habe relativ Lack also ja du hast noch geglaubt du stinkst ja auch nach Kacke nach Geld ey und nach Kacke natürlich bist du da ja ich marschiere gleich im Besuch also wenn ihr jetzt wenn ihr jetzt kurz die die Safe Zone angegriffen dann tötet dich auch so das sind 4 Leute gleich ne 5 aus Versehen tötest du die aus Versehen ne ist klar 5 Leute die alle Nahkampf Waffen haben ne ne der eine hat zwei haben ne zwei haben ne Canyon und ne Pistel hast du Platz ja dann gebe ich dir jetzt mal deine Knacken also einmal die keine Ahnung wo die herkommt hat das ist dann noch ein Pipe Sniper das ist zwei Sniper dabei das kann echt sein komm die sind auch von Sota ne Pipe Sniper ja doch das stimmt die sind beide meine Sniper warum hab ich die warum hab ich die mitgenommen gehabt alter so Pipe Sniper wie viel zieht denn die Pipe jetzt 700 und die andere 800 fick die ehrlich ich knall beide in den Inventar rein ich darfste dreimal raten warum es nicht geht da auf los komm 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 trau dich schwer zu sagen trau dich was wir mal über den Spiel Chat labern kann äh meinst du sprechen ja B B B B für Bernd ja geil weißt du wir gar nicht erst ne Granate werfen man ups hopplani ist mir runter gefallen hä warte ich heb sie wieder auf nimmt mir so viel Platz so wenn wir alle knarren und kurz hier hintereinander stellen ich hab 3 Sniper ne 3 Sniper 2 Schrotzen die MG hast du mir ein Magnum Stück ähm ein Stück ja soll ich's droppen du bist du immer noch hier ah da hinten bist du ja warte 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 ja der kommt jetzt mit ne das ist der Flashlight alter verpiss dich Flashlight will ich nicht äh ja ich kann die jetzt nicht droppen wenn die Spasten hier sind ja dann komm halt rüber ja ratsch den da her ne komm rüber bitch Alter guck mal wie geil die auf uns sind alter oder wollen wir halt äh zwischen uns ne Rege abschliessen alle die die in nem gegnerischen Clan sind werden sofort abgeklappt ja das sowieso das sowieso der hat Helme gekauft hier komm 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 schnell äh drop merci bitteschön ne das ist falsche das ist aber ein Magnum ach ne ich hab noch eins hier ich hab's zurück geworfen danke ja nen Gleiter hab ich jetzt dabei ne was hast du dabei? nen Gleiter Gleiter gut aber ich knall den auf dann können wir uns schön wie ein Luftbändiger ich bin ein Luftbändiger ja man juhuuu und tot alter leike luftbändiger ne leike feuerbändiger leike feuerbändiger ja feuerbändiger ist meine Waffe du Bob feuerbändiger ist dein Name mal ach ich trau mich immer ein bisschen ich geh mir kurz ein wenig Muni kaufen shotgun Muni für andere Leute welche Muni ist nochmal die für die äh Pistole? 9mm? ne 50k ja ah ich hab mal 150 da drin stehen ich hab mal 75 Quatsch Muni kaufen ja komm ey jalo erhöht es nochmal ein wenig auf 200 das sollte reichen so hast du safe zone attack never reaper rechts ah der wird grad angegriffen oh geil schnell mit hin los alter das wird geil ich will nicht meine Waffe verlieren Junge komm äh ne ich will nicht meine Waffe verlieren Junge ja stimmt ne der könnte uns dann halt auch echt wegnarzen ne beim anderen never search ist da hinten noch echt? lass mal checken was ist never search lass das mal checken ja zeig mir mal wieder was neues ja genau in diesen wundervollen spiel dann haben wir alles gemacht so fertig hände genau dann äh können wir es eigentlich wieder verkaufen ja dann können wir es wieder verkaufen das spiel ja genau sag ich peppy fick die hände kannst allein spielen wie lange hatte peppy die spiel dann? zwei stunden? drei stunden? ja so 3 2 seems legit ne ein netteres Urkel dann hätte ich fast ein Pobel rausgeschossen geil ey geil Pobel aus dem Arschloch raus ne den hättest du dann ans Mikroob Loppenhörn du bist du jetzt ey wo bist du? ach da nicht zu offensichtlich laufen ne? und Sachen searchen tun wir immer noch ich will fucking nochmal looten ja mein Fressen schadet ja nicht wir müssen uns Geld ja nicht für Fressen rausschmeißen sondern reicht ja wenn wir es für Munition ja wir sind ja nicht reich ne? naja an sich hab ich also 20.000 ist ja doch ist schon reich eigentlich eigentlich schon ne? ich bin falsch gelaufen beziehungsweise nicht vorangekommen ich bin grad hier auf dem Boden ja soll ich mal warten? was? ob ich mal warten soll? oh da ist ein Golem wo oben unten links rechts? blau grün? äh hier hier? alles klar bin da alter ist alter ist das hier offen alter mega die Kreuzung Golem hallo alter lass dich nicht weg ja tot 15 Schüsse ich hab nicht mal die Schüsse gehört ja das finde ich ein bisschen kacke wo lauf ich denn überhaupt lang alter 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 habe ich XP gekriegt? glaub nicht ich glaub auch nicht weil du hast nicht drauf geschossen da bist du das ist halt wie in einem MMO das du als XP kriegst in der Gruppe wenn du mit das hat sich grad eben wie ein MMO angehört ne? hm richtig reudig halt's grad aus lass dann mal wenn wir in der Nähe von der Nether Search sind langsam machen weil wir wissen beide nicht was das ist ja stimmt auch wieder am ende ist das so ne übelste Armee alter so ne never invasion was heißt denn Search? das würde dir ja mal helfen zu wissen ja willst du wollen wir schnell verstecken und du googelst es schnell? Search ja warte ich hab ne App lass mal hier rein ja ich deck dich Surge hm weißt du jetzt kommt's geil ich schieß rum und schreie dich dann an so ah jemand schießt hier jemand schießt hier ah ah alter ich werde da halber reingelaufen ich werde da halber reingelaufen ich wollte grad so hier an die Ecke gehen ne und du ballerst dahin ich weiß warte ich kann grad nicht schreiben Search Schwall äh Schwall Aufwallung Randung also könnte schon so ein Aufstand sein so ne Armee ja so ein Aufstand never Aufstand oh das wäre oh das wäre quasi dann sowas wie in der Safe Zone nur halt nicht in einer Safe Zone ja ich bin aber fast da oder viele Viecher viele Viecher eigentlich ich bin doch nicht fast da ich bin noch Gliometer weit entfernt äh ja ich bin fast da muss ich mal Ausschau halten ach bei mir ruck jetzt grad das ist voll ekelhaft da hinten ist schon einer ja ja hab einen gesehen der ist ins Haus reingelaufen aber kein Spieler ne n 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 a a oder n n n n n n n Hier so, ne? Recht unten? Ja, lass mal runter gehen. Hm, ich hab die Fläche halt weggeworfen, ne? Brauchst du da auch nicht. Aber man macht es dicht, wenn man schießt? Nee. Ich will hier eigentlich nicht sein. Bist du hier jetzt mal gestorben? Ja, vor allem einfach so. Also ich steh jetzt mitten auf dem Punkt, das ist genau hier. Da, wo ich steh. Alter, hab ich mich grad vor dem Feuer erschreckt, Alter, willst du mich verarschen? Oh, mein Herz ist verstehen geblieben, Alter. Nee, hier ist nichts. Hä? Komisch. Vielleicht noch oben. Lass nochmal hoch. Ich bin, gerade eben bin ich oben. Okay, wir sind halt so voll die Lappen und auch ab und zu einfach nicht, wahrscheinlich. Ja, wir sollten nicht mal googlen, so ne? Was ist die Scheiße? Genau so. Was macht diese Scheiße? Genau, weißt du, Never Searchen, was soll die Scheiße? Genau, was geht ab? Alter, komm mal, komm mal kurz zu mir. Äh, ich bin in dem Gebäude drinne. Ist da was? Nee, aber ich kann was Lustiges machen. Kannst du mich rein? Kannst du mich kaufen? Kannst du mich kaufen? Kann ich kaufen. Warum schießt denn du? Ich schieße nicht. Bist du das? Schwör jetzt, dass du es nicht bist. Ich hör keine, ich hab Schüsse gehört gerade, ich war es nicht. Okay, es war eine Shotgun oder eine Sniper. Sag mal. Reaper ist die Dinge Search, ja, äh, finde ich gut jetzt. Nee. Hä? Survived? Ja, wo bist du? Ich bin bei dir, ich bin in einem Häuschen drinne. Bei mir im Häuschen? In einem Häuschen. Ich auch. Ja, ich hab ein bisschen Schiss jetzt in den Geschüssen. Gerade weil wir uns gerade nicht finden. Wollen wir einfach mal Warnschüsse abgeben? Nee, nee. Doch, mach ich gerade. Siehst du die Tankstelle? Blitchfield. Warte, ich hab jetzt kurz den Campingmarkt. Ich laufe mal zu dir, okay? Ja. Shotgun frame Bandages. Hat man immer gebraucht, theoretisch. Ja. Ah, da. Okay, ich hab gerade einen, ja. Oh, hier ist das zum Searchen. Nein, wir sollen zueinander finden. Der Zaun trennt uns. Das ist eine dramatische Liebesgeschichte von zwei Hurns. Eine Hurnsunggeschichte, alles klar. Ich geh aufs Dach, okay? Ich bin hier wunderbar rum. Okay, warte. Ich bin drüben. Ich komm mit aufs Dach. Jetzt willst du auch das Haus besteigen. Ich kann dann mal spotten, falls hier jemand ist. Ja. Oder, warte. Einfach mal im Chat fragen. Ich seh halt echt keinen, ne? Ich seh halt auch echt gar nix. Ich hab 100 pro Schüsse gehört und du auch. Ja. Ja. Ich guck halt mal an der anderen Seite. Wenn wir hier jetzt einen Headshot kriegen, ich bleib einfach auch so. Siehst du irgendjemanden? Nein. Ich meine, der kann auch schon lange weitergezogen sein. Ja. Okay, Nether Search ist noch 0%. Oh, da ist ein Loot Drop. Ja, weit weg. Ja, stimmt eigentlich auch. Also. Ich seh keinen. Ne, ich auch nicht. Und wenn wir einen sehen würden, würden wir ihn nicht treffen. Außerdem. Wow. Alter. Wäre fast spaßig gewesen mit dir. Ich hab mal schnell auf 4 drücken können wegen meinen Kleidern. Ja, stimmt auch wieder. Ja, gut. Ja, willst du willst noch kugeln? Da steht auf jeden Fall noch 0%, ne? Ja. Das ist das, was wir meist bewundert. Schreibt auch keiner, was die Scheiße hier halt soll. Na, mach ich geh mal kurz hier ins Haus. Ja, und dann? Gehst du kugeln? Guck ich mal wegen meiner Account Level. Alter, wie der steigt. Geht mega ab. Steigt eigentlich übelst an. Ich bin Level 1. Also 2, 2. Schon ehrenvoll. Account Level 13, alter. Ich mein, ein Reaper ist die Dinge Surge, ne? Plus 5 Backpack Weight Capacity. Was ist ein Teil? Reaper ist was? Die schaffen den Reaper drüben nicht. Gibt's dir, die schaffen den Reaper nicht. Wo? Zeitig. Auf der Map. Achso. Wie traurig. Ja gut. Die schaffen den nicht. Die haben vielleicht noch keinen Hacker umgebracht. Ja, aber trotzdem. Weißt du, wenn du einen Reaper machst, dann ziehst du den 70%. Ich versuch mal da drüben ins andere Gebäude zu.